Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Whitelands. An sich ist es ja gerade ein bisschen was anderes. Oh voll krass. Wir sind jetzt im Gefecht gegen einen Predator. Wow. Das zeigt mir gerade nicht viel. Wieso funktioniert das nicht? Feuer frei! Irgendwie sieht man hier jetzt nichts mehr. Scheiße. Verdammt. So. Ich kenne mich zum Nachdenken. Ich kenne mich nicht. Ich kenne mich. Ja! Das ist schön. Verblüht das, ähm... Moment, ich komme! Gottverdammt! Das sind mehrere... Scheiße! Ah! Keine Sorge, ich bin unterwegt! Wo warst du so lange? Ja! Ja! Okay, es ist schwer! Scheiße, wir haben Verluste! Also... Ja! Naja, ich wollte es schwer haben! Dammit! Nein! So ein Arsch! Das wird wieder! Ich bin unterwegs! Nein! Nein! Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Wut? 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 Von wegen, ich habe mich gerade hingelegt! cops are you? Der hat mich nicht betroffen!! ich bin mir ein kachsack seiner in so ein scharf ich bin auf ich bin ich bin ich 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 Ah, da unten war er. Nein. Nein. Ah, das war jetzt blöd. Das war zweimal kurz hintereinander. Ah. Einfach laufen, Bubi. Das eine Mal war wirklich krass. Da habe ich wirklich nicht gesehen, wo er ist. Und mein ganzes Team war tot. Ja, das war gerade eben. Das zeigt nicht, dass ich ihn nicht erwischt habe. So, jetzt halt. Ich weiß auch nicht, wie viel der eigentlich schlucken kann. Ah, der war schlecht. Wir können es töten. Vielleicht könnte ich auch mal mit Handgranaten arbeiten. Und was? Ja. Das war's. Das ist echt fies, wenn er das von nahe ist. So eine Scheiße. Sehr schön, ne Jungs? So geht das. Ah, da hätte ich gerade, ähm, hat gerade Atelier. Einfach mal um's auszuprobieren. Hm. Da ist der gerade glitzend. Tue ich mich durch oder nicht? Die Granate fliegt. Haben Verluste. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Wolltest du mich verbluten lassen? Ja, die Granate ist zu langsam. Gut verdammt. Ich bin jetzt wieder da. Ja. 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 Wir haben verdammt nochmal Verluste. Ist das echt? Dahin, wo der Schatten hinrennt ist. Ist ja total egal, ne. Ja. Boah. Da hatte ich mehr Glück als verstanden. Gerade hab ich den Laser wieder nicht gefilmt. Ich hab dich halt einfach durch. Wenn du zielen könntest, fress mich nicht erwischt. Ja. Oh mein Schein. Ach Gott. Wir haben manchmal... Scheiße. Klappt das am Anfang nicht. Hm. Verluste. Verluste. Reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Unten bleiben. Bin gleich da. Ja. Vielen Dank. Okay. Ein bisschen schräg nach hinten glaube ich. Jetzt will das aber wissen, ne. Jetzt ist er aber aggressiv. Moment. Ich komme. Das hat aber gedauert. Ist er tot? Er ist tot. Sauber hier drüben. Entschuldigung. Rennst! Achso. Einfall. Oh fuck. ich hab's nicht gelesen fuck ich hab ja gelesen so ja ähm also ähm rent also hat sie ja gesagt aber aus dem ganzen Bereich lol nein 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 okay gut aber wir haben's einmal oh Gott wie dumm bist du eigentlich einfach lesen nein nein drei Tage später um 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 Ich glaube, so kann ich den vielleicht besser sehen. Vielleicht. Weil der schaut ja auch so. Ja, das ist eine echte Kriegserklärung an dich. Okay, gerade habe ich es gemacht. Das war einmal, hat es funktioniert. BING! Sehr schön gemacht. Halt da, ich komme zu dir. Das hat aber gedauert. Okay, zweimal. Okay, da habe ich nicht gesehen, wie... Ja, das war dumm. Ich sehe halt den Schuss nicht durch diese... diese Sicht. Ich sehe halt den Schuss nicht durch. Oh, shit, das tut immer noch weh. Wir haben Verluste. Wir können erst töten. Gut. Oh, gut. schießt mal auf die anderen die anderen sind auch noch da ich hab dich halt einfach durch ich brauch Muni scheiße wie wärs wenn du mir das nächste mal Deckung gibst das wird wieder ich bin unterwegs mann wenn du zielen könntest hätt's mich nicht erwischt oh Gott so ok alles klar bei mir ok jetzt raus hier entkommen weh ich schaff's nicht aber ok das deswegen ne oder nein das machen die aber mit Absicht ne ich meine ähm zuerst steht ja da zuerst steht ja da man soll die den Predator also ähm den Tod äh also man soll hingehen und schauen ob er tot ist und dann tippert äh tippt der das ein und dann Töte es steht da dass man entkommen soll und man man muss eigentlich von Anfang an rennen bevor man also man muss eigentlich von Anfang an rennen Alter ist das fies ich versteh's halt einfach nicht mit von Anfang an von Anfang an von Anfang an